... auf 4 Rest. Wunderbar. So, 38 für den Fritz. Sich gestellt mit der Single 6. Game shot and the first leg. Und da ist er drin, tatsächlich. Siehste, also ich bin übrigens immer ein großer Befürworter von Stellen. Ui, oh. Oh, der ist im kleinen Segment von 1 gelandet. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die 19 treffen. Ja. Primus. Ich sag's wieder gern. Primus inter Paris. Ja, wird Primus hier zum Primus. Game shot and the second leg. Doppel 18. Jawohl. Und drin ist er. Bada boom. 1-1. Und wir kommen in den Decider. 10. Das muss ja nicht sein. Was? Ja, so war's. Ich hab's genau gesehen. So, Fritz Polz. 16 Raced. Game shot. Und der Match. Auszeit. Oho. Und der Match. Fritz Polz und Sarah Nuster aus Veitsberg vom DSV Rosenthal. Schöne Grüße hier übrigens an den Thomas Zichi, seines Zeichens. Nicht nur ÖDV-Vizepräsident und Präsident des Steirischen Datverbandes. Nein, auch Mitglied des Präsidiums vom ÖDV. Ja, eh, hab ich dir schon gesagt. Nein, Mitglied beim DSV Rosenthal. Ja? Ja. Okay, passt.